Yo Leute, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal CryptoExplain. Mein Name ist Dan Dirk, ich freue mich mega, dass du dabei bist und heute haben wir mal wieder nice Neuigkeiten. Und zwar sehen wir hier wirklich einen nice Pump. Wir sind gerade spannende News rausgekommen zum Thema Bitcoin Spot ETF und zum Thema SEC Lawsuit. Und ich habe das gerade hier auf Twitter zusammengefasst und dachte mir, ich hau mal super, super schnell ein kurzes Video raus. Es geht wirklich nur um dieses ganze Thema, ganz, ganz kurz zusammengefasst. Was ist passiert? Wir sehen hier Bitcoin erstmal hier knackige 4 oder 5 Prozent in einer Stunde. Es ist gerade wirklich richtig hochgeknallt. Man sieht es hier jetzt gerade eben richtig nach oben von den knapp 26.000 auf die 27.500. Und zwar ging es nämlich darum, dass hier habe ich es gepostet, der Lawsuit von Grayscale gegen die SEC hier positiv ausgegangen ist. Allerdings gibt es natürlich wichtige Details hier zu beachten und das wollen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Also die Frage hier, was ist passiert? Das Gericht hat entschieden, dass die SEC die Ablehnung von Grayscale Investments Antrag zur Umwandlung des Grayscale Bitcoin Trusts in einem ETF überprüfen muss. Das heißt, wir haben jetzt nicht, und das ist ganz, ganz wichtig, nicht die News bekommen, dass Grayscale seinen Trust umwandeln kann in einen ETF. Allerdings eben, dass es überprüft werden muss. Das kann jetzt natürlich noch ein paar Monate dauern. Allerdings merkt man hier natürlich, dass der Markt massiv reagiert mit dieser Bullish-Neuigkeit. Vielleicht wahrscheinlich sogar zu Bullish hier, da wie gesagt das Ganze ja nicht wirklich tatsächlich umgewandelt wird, sondern nur eben dieser Antrieb überprüft werden muss. Aber das Hopium ist hier natürlich massiv gestiegen. Und ja, die Frage ist natürlich, was ist das Resultierende oder die resultierende Konsequenz daraus? Und das ist eben hier der erste Bitcoin-Spot-ETF. Und ja, eventuell könnte hier der Grayscale Bitcoin Trust in dem umgewandelt werden. Das wäre natürlich super, super Bullish. Und es gibt immer wieder die Gedankenspiele im Kopf, warum dieser Bitcoin-Spot-ETF Bullish ist oder warum nicht. Es könnte natürlich zu neuem institutionellen Kapital führen, das natürlich den ganzen Markt pumpen würde. Es ist nicht klar, in wie weit und wie viel Liquidität über diesen Bitcoin-Spot-ETF reinkommen würde, weil es ja auch die Bitcoin-Future-ETFs bereits gibt. Das heißt, Institutionals haben dort schon gewisse Möglichkeiten, eben diese Pfands sich oder eben in Bitcoin zu investieren. Aber es ist trotzdem natürlich ein wirklich riesiger Schritt in der gesamten Historie von Bitcoin und wird sicherlich auch noch einiges an neues Kapital reinbringen. Und hier vielleicht nochmal ein bisschen die Details im Background. Einfach hier, Grayscale Investments hatte eben den Antrag im Oktober 2021 gestellt und die SEC hat ihn eben damals abgelehnt. Grayscale hat dann eben direkt die Berufung eingelegt und um diesen Gerichtsstreit ging es jetzt eben. Jetzt hat man natürlich so ein bisschen die Einordnung und die Einschätzung, das natürlich durch den ganzen Druck, den wir auf dem Bitcoin-Spot-ETF sehen, auch eben durch BlackRock und Fidelity. Vielleicht mal kurz ein Reminder, BlackRock hier als größter Vermögensverwalter der Welt versucht, diesen Bitcoin-Spot-ETF auch eben durchzubringen. Fidelity eben auch ein absoluter Gigant. Ja, kommt natürlich ganz einiges an Druck auf diesen Low-Suit hier mit Grayscale und dementsprechend steigt einfach die Wahrscheinlichkeit. Und dementsprechend sehen wir auch, dass der Grayscale Bitcoin-Trust hier am Pumpen ist und zwar, weil der Discount sich jetzt verkleinert. Natürlich, wenn wir den ETFs sehen sollten, dann wird natürlich eben auch das Premium entweder gänzlich oder fast teilweise auch gekauft werden, weil man hier natürlich dann die Umwandlung hat von hinterliegenden Bitcoin. Und das wäre natürlich super spannend zu sehen, wie sich das hier ausspielt. Wichtig ist aber einfach jetzt für dich, dass man dir vom Rande, Bitcoin-Spot-ETF ist sicherlich wahrscheinlicher geworden, ist sicherlich ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Allerdings ist das jetzt auch keine Garantie, dass hier natürlich der Spot-ETF kommen wird. Es ist auch noch keine Garantie, dass der Grayscale-Trust hier wirklich in ein Bitcoin-Spot-ETF umgewandelt werden wird. Allerdings haben wir natürlich hier extrem bullisches Sentiment damit. Wir sind jetzt hier angekommen bei 27,3. Wir müssen mal schauen, ob wir dort stehen bleiben oder ob wir noch ein bisschen weitergehen. Ethereum dementsprechend auch extrem hier performt. Auch BNB tatsächlich 10% spannend und ja, alles sehr, 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 sehr grün. Cool. Leute, damit nur eine kurze Zusammenfassung zu dieser News. Wir werden noch ein Recap machen zu dem ganzen August. Das werde ich wahrscheinlich morgen oder übermorgen abdrehen und das kannst du dann vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher Form auch noch mal erklären. Es gibt jetzt auch noch nicht so viele Informationen. Das war jetzt eben das Erste, was gepostet wurde. Die Quelle dazu war ein Artikel von Coindesk. Kann ich euch unten noch mal verlinken. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Genießt den Pump. Respect the Pump. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.